So wie ich das Spiel kenne, könnt ihr sich zur Hälfte dahin bewegen, dennoch schießen oder overwatchen oder hinbewegen, schießen und overwatchen und ne, gedöns. Du könntest zum Spaß einfach draufschießen, wenn du Schaden bekommst. Ja, und nächste Runde unbedingt 1-2-Heilung. Ach, du darfst noch. Hä, ist der kaputt, oder? Also ich könnte versuchen, mit 2x50% zu schießen, von hier hinten aus. Hier hinten ist es nicht unbedingt sicher wegen der Deckung, die wäre da besser theoretisch, weil es eine Volldeckung ist, aber wegen dem Winkel. Wie gesagt, die können eventuell rauskommen und schießen. Und da würden sie ihn flankieren. Und hier müssten sie schon bis hier ganz runterstiefen, das schaffen sie nicht in einer Runde. Ja, lieber auch Nummer sicher. Weil er ist eh, ne? Er macht eh nichts mehr, diese Runde. Das sollte okay sein. Und, und, und? Ja, geil. Okay. Puh. So, was war jetzt drüben? Da waren 2 Mektoiden, keine Sektopods. Ein Commander. Noch ein paar, so, ne? Random Sektuiden. Und wir haben noch 2 Sinmen über. Und da kommt die Demutantrag. Mit 3 Berserkern. Yay. Was machen die Bots? Das wäre richtig toll, wenn die Bots hinten warten würden. Einfach so ein Overwatch für eine Weile. Und das tun sie sogar. Okay. Dann schnappen wir uns jetzt ein Berserker. Holen den ran, um uns so etwas Zeit zu kaufen. Bitte treff. Gut. Dadurch stürmt er jetzt vor. Und die Reste, die können auch drauf schießen. Und so, ne? Passt das ja noch nach und nach. Äh, jetzt kannst du den nämlich auch taggen, damit der Rest auch gut trifft. Ja, ja, lad nach. Ist alles gut. Du heilst bitte den doch etwas angeschossenen. Und gleich nochmal. Das muss auf Cap bei den ganzen Gefahrenquellen, die hier rumlaufen. So, das schaut auch gut aus. Wir haben noch 3 Ladungen. Du lad lieber nach. Vorrücken und nachladen? Das hier gefällt mir, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Weil da kommen gleich Mutons. Also nicht die Berserker, die laufen ja nur stumpf auf uns zu und machen Hulk Smash. Die Elite. Die machen mir eher Sorgen. Weil die werfen auch Granaten mal ganz gerne. Und dann wird das hier alles entdecken auf einmal wegkommt. Und wir hätten 4 Leute von uns, die flankiert werden können. Das ist nicht gut. Ne, bleibt da hinten, laden nach. Und gehen Overwatch, falls einer von denen zu einer an hat. So. Siegfried zieht sich mal zurück. In ordentliche Deckung. Und schießt ganz regulär auf den. Nein, du schießt auch regulär. Da kommt keine Granate, Rakete oder sonst was rein. Ach, kommt schon Jungs. Ja, komm näher ran an die Shetgun. Ja, okay, vorbei. Was aber auch gut ist, den kann er nämlich ordentlich durchladen. Damit er nicht in Verlegenheit kommt, dass er nicht Doppelschuss setzen kann und keinen Nahkampf-Trigger und so weiter. Also, Reload für dich. Jetzt kommt mein Control. Das wär's noch. Wären ordentlich umzingelt. Ich würde noch mehr Gestampfe. Oh, das ist nicht schön. Ja, du fliegst dann bitte mal. Irgendwann ist hinten in der Ecke. Wie, wie, wie. Das ist jetzt richtig eklig. Weil die fliegen nämlich alle weg vom Kartenrand. Ich will aber nicht weg. Ah, so ist okay. Ich muss die Kamera nur richtig drehen. Also flieg bitte nie hinters der Ecke. Damit die auch ja keiner sieht. Und da kannst du nachladen. Es ist komisch, dass die anderen Berserker jetzt nicht gekommen sind. Aber das nehme ich mal so hin. Ich bereite mich hier vor, dass der ordentlich seine Rakete schießen kann. Ich baue es hier Abstand auf, damit nicht zu viele Däcken auf einmal weggesprengt wird. Den ignorieren wir einfach, oder? Du kannst einmal drauf schießen. Ich will jetzt nicht hier hingehen. Dann sehen die uns alle auch noch. Ja, schieße einmal drauf und latte noch. Entschuldigung. Handverlautung. Wobei, eigentlich solltest du da weg. Du kannst ja immer noch schnell genug nach vorne laufen. Ja, okay, die war einfach weg in voller Deckung. Ja, da hier diese komischen Tanks zerstört wurden, wo die Menschen drin sind, haben die so viele Möglichkeiten vorzurücken. Deswegen tun sie es gar nicht erst. Das ist, glaube ich, deren Problematik gerade. Ja, kommen wir nicht mehr durch die Schilder. Und selbst wenn wir einen von denen anschießen sollten, die haben Bots dabei, die haben Selbstreparatur, wenn wir da nicht hinterherlaufen und nachhaken, was Schaden angeht, dann ist das alles mit Katz. Das ist gut. Dass wir den gleich wegpoolen können. Das ist mal ein Mutton Elite. Stellt sich einfach ohne Deckung hin und sagt, pick dich. Hier, friss Plasma. Und da hat der Berserker jetzt auch verrückt, müssen wir uns auf den Berserker konzentrieren. Und nicht auf den. Ja, wobei der Schaden kommt gut rein. Der Berserker ist schon halbtot. Na, jetzt kommen beide. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Vor allem, weil sie jetzt geclustert stehen, können wir auch die Granate raufwerfen, Rakete raufwerfen und ähnliches. Wobei ich mir die Schredderrakete für die beiden Bots auch bewahrt, die hier drin rumtouren. Also. Fangen wir an mit einer... Kannst du mal hier aus heilen? Ja, mit einer Heilung. So. Eine zweite Heilung wäre eigentlich auch nötig, aber wir haben nur noch ein Ding. Das würde ich mir ganz gerne auch bewahren, falls einer komplett umkippt. Du... Hier. Schaden und so. Oh, okay. Achso, wir haben keine Schredderrakete mehr. Ja, dann doch. Mach mal. Ich trau der Feuerkraft da unten nicht ganz so sehr. Wobei, einer ist weg durch... Elia. Was ist der hintere? 69%. Die waren Ticken wieder vor. Rapid Fire auf dem mit mehr HP. Okay. Ein... Popeligerpunkt ist jetzt auch weg. Das sind dann 34 Schaden gewesen. Hammer. So. Dann muss... Ihn würde ich mir eigentlich ganz gerne auffahren für noch einen Battlescanner werfen. Aber dank Hit'n'Run... So, und ist der jetzt getaggt. Und wir können gleich den Battlescanner da hinten hinschmeißen, wenn der Sniper ein ordentliches Ziel hat. So, wen siehst du? Du siehst nur den Bärsäcker hier vorn. Dann schieß doch einfach mal auf den. Muaah. 2 mal 78%. Ah, das ist ein Mau ist das. So, komm ran und schüge die Nackenfähigkeit, bitte. Ja, komm. Wurde, Wurde, Wurde und Trigger nicht. Ja, Wurde, doch alle veräppeln heute. So. Alle drei Bärsäcker down. Und wir haben nicht mehr so wirklich viele Ziele. Oh, schöner Crit. Kriegst du ihn jetzt noch kaputt? Ja, geil. So, dann darfst du jetzt das Spielchen machen mit dem Ball. Ah, das sind viele zionische Enten. Oh, fuck. Ich verdränge mal, wie viele Ziele um uns rumstehen. Jetzt sehe ich es. Okay, was haben wir da? Ähm, klein dahin. Das ist noch ein Trupp, oder? Ja, das ist noch ein Trupp. Noch ein Trupp mit noch zwei. Also, ich war unbewusst, dass in einem gelandeten Grußen-Ufo viele Aliens drin sind. Vor allem auch starke Aliens. Aber das ist jetzt echt obergegen. Okay. Ähm. Irgendein Ziel, das wir möglichst auch mit einem Schuss töten können. Den hier vermutlich eher nicht, oder? 100% Crit Chance. Ich kann das nicht wirklich gut erkennen gerade. Wer da getargetet ist, das ist zu weit weg. Also, ich würde gerne den Schildmacher, Gedankenkontrollierer und allgemeinen Booster da ausschalten. Das ist jetzt der Muttern Elite. Das ist, die stehen immer direkt liegt. Das ist der Commander, der ist so leicht rot hervorgehoben. Okay. 100% Treffer schon aus, 100% Crit. Und er hat 41. Ja, das wird kein Kill, aber mal gucken. Doch wird es geil. Aber das brauchen wir jetzt auch. Das brauchen wir sowas von. Ja. 24er Crit war es. Zwei Sekretärin sind gleich umgekippt. Die Schilde sind zusammengebrochen. Und die zwei Sinventure natürlich auch da unten. Aber die machen nichts. Okay. So, Bots haut bitte ab. Ja, das ist sehr gut. Keine Ahnung, warum sie abhauen, aber... Ja. Technisch gesehen sehen wir sie ja noch nicht ohne den Ball. Vielleicht... Was? Das ist jetzt noch ein Trupp, richtig? Also zwei... ... ... ... ... Und sechs Bots. Richtig? Ah, das ist krank, ist das. Und wir haben noch nicht mal den... ...Outsider-Trupp getriggert. Der normalerweise dafür sorgt, dass alle kommen. Und das könnten hier drin auch fünf oder sechs Outsider sein. So, der Trupp ist jetzt auch ausgelöst. Nee, ist dann... ...bin ich mir nicht sicher. Ich glaube es ja nicht, weil keine HP-Balken angezeigt sind. Das ist auch ein ganz guter Indikator, denke ich mal. Also, was machen wir da? Dann machen wir erstmal eine Granate rein. Das sind so schön viele Ziele auf dem Haufen. Bin mir allerdings bei ihm gerade nicht sicher, ob... Mayhem, Warhead, Zepa, Packmaster, Grenadier. Du hast den C-Wegspreng-Perk nicht. Aber bist du doch schon so ein Hoher. Was habe ich denn dafür reingetan? Ah, sehe ich nicht. Na gut. Dann wird der hier nicht mit erwischt, sondern wir werfen direkt in den Cluster. Ja, komm, so, ne? Ja, okay. Gut. Schön viel Schaden. Auch wenn es leider verteilt ist. Denn jetzt auf jeden Fall nachgeht er. Das ist ein zu lohnendes... ...Ziel. 22, 31, 45 Schadenspunkte. Auch wenn sie verteilt sind. Sehr heftig. Was haben wir denn noch so alles Schönes? Wie der Elite da einfach so rumsteht. Du siehst nur ein Ziel und das war nicht mehr wirklich gut. Ähm... Die könnten Granaten nicht so weit werfen, ne? Das heißt, wir könnten theoretisch bis hier nach vorne rücken. Wir haben aber zwei im Overwatch. Die sind schon fast alle tot. Wie geil. Hau mal. Wen habe ich da gerade als Ziel? Bot. Ne, Bot kriegen wir nicht kaputt. Die Ender kriegen wir kaputt. Ah. Gibt's doch gar nicht. Hier, jetzt aber. 90% Medic. 90. Gernig. Das ist schon mal ein Overwatch weg. Wenn ich hier jetzt hinsprinte, um Doppelschuss zu machen, triggere ich eventuell die. Das muss nicht unbedingt sein. Von hier hinten hast du allerdings nur eine 35% Trefferchance. Was haben wir noch so? Ja, 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 ja. Da sind wir ja ein Sniper. Ja, Sniper. Kümmer dich mal um. Nicht die. Nee, 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 nee. Die hier hinten sind allzu weit weg. Die können nichts machen. Die hier sollte ich auf keinen Fall anschließen, sondern da werden sie ausgelöst. Ich müsste schon hier vorne jemanden nehmen. Allerdings haben die allzu wenig HP, dass es sich wirklich lohnen würde. Außer vielleicht bei dir. Ja, mach bitte den Bot weg. Das sieht nicht gut aus. Nee, Bot lebt noch. Warum auch immer. Bot down. Können sie es noch einmal schießen auf eventuell den... Aber wenn wir eine Granate da hinten hinbekommen würden, wäre es besser, weil dann kippen die beiden auf einmal um. Du kannst ihn aber mal suppressen. Aber ihn schon mal nicht mehr als... ...mögliche Quelle für Granaten. So, wir haben jetzt noch den Scout. Unseren Offizier. Und den Nahkämpfer. Den Extreter. Ähm... 34%. Komm. Schade. Ich muss bald nachladen. Du zielf примерно. 13 Prozent. Du hast nur einen Schuss, ne? Ne, mit dem einen Schuss killst du ihn nicht, aber du killst eventuell den da. Bitte. Komm. Ja. So. Also er wird dann vermutlich hierhin gehen, wenn er das kann. Und von da aus schießen. Er kann auch noch schießen. Und er ist okay. Also die beiden könnten wehtun, weil die können beide auf Granaten werfen. Der Trupp wird eventuell ausgelöst, weil sich nähert. Darf dann aber nichts machen. Und die anderen, die ausgelöst sind, also die drei hier, sind zu weit weg, um irgendwas anzustellen. Sieht so weit also. Okay. Was hatten wir hier hinten noch? Irgendwas? Ne, ich glaube, wir sind alle abgehauen in die Richtung. Gab es nur ein Commander oder waren das zwei? Das ist jetzt mir nicht richtig übel, wenn irgendwo von drinnen im Ufo, weil der Commander abgehauen ist, jetzt eine Gedankenkontrolle kommt. Ja, ja, gut. Das müssen wir im Auge behalten. Darf nicht da hingehen. Ja, nur noch der Soul ist dran. Garh. Bis zum nächsten Mal.